Ich freue mich, Sie heute Abend hier im Kino des Filmmuseums begrüßen zu können. Mein Name ist Anke Mehbold, ich bin Restauratorin im Filmarchiv des Deutschen Filminstituts. Dies ist das zweite Tonbildprogramm aus dem Filmarchiv des Deutschen Filminstituts, also die zweite Charge singender, sprechender und musizierender Films, die wir Ihnen in digitaler Form öffentlich verfügbar machen, aus der Sammlung Neumeyer. Hier vorab also gleich ein herzlicher Dank an unsere Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien für die Bereitstellung der Gelder für die Filmdigitalisierung. Die Einführung heute Abend konzentriere ich recht stark auf die Hintergrundgeschichte unserer ungewöhnlichen Tonbildfilmsammlung und auf die zwei Produktionsfirmen der 19 Tonbildfilmwerke. Sowohl Alfred Duskis als auch der Gründer der Deutschen Bioskop, Jules Greenbaum, sind jüdische Filmpioniere, die in der Deutschen Filmgeschichtsschreibung noch nicht die Ihnen angemessene Präsenz haben, sondern noch ein wenig Lobbyarbeit verdienen und benötigen, um aus dem Schattenwurf des großen deutschen Pioniers Oskar Mäster mal ein wenig heraustreten zu können und auch eine angemessene internationale und nationale Rezeption zu erhalten. Zuerst aber zu unserer Filmsammlung. Das Neumeyer Filmkonvolut ist eine herausragende Sammlung historischer Filmunikate in unserem Filmarchiv. Die größte zusammenhängende, überlieferte Sammlung früher Synchrontonfilme aus der allerersten Tonfilm-Ära, also um 1908. Der Hauptzeitraum war wirklich 1907 bis 1909. Das sind alles Filme, die im Kino mit Ton präsentiert wurden. Das Filmbild lief synchron mit dazugehörigem Filmton, der auf Schellackplatte schon vorab aufgezeichnet wurde und nachher dann mit der Kamera wurde das Bild dazu aufgenommen und dann eben mit Grammophon-Begleitung lief der Projektor, manchmal synchron geschaltet, manchmal aber auch einfach nur nachreguliert im Kino. Die Nitro-Positive wurden vom Diff im November 1970, also ein Jahr vor meiner Geburt, aufgekauft, von Aloisa Neumeyer, die wohnte damals in Icking bei München. Die historischen Kinokopien lassen sich zurückverfolgen zu Ludwig Neumeyer, Aloisas Schwiegervater, einem angesehenen Bierbrauer und Schankwirt aus Straubing, nördlich von München. Zugleich ein Pionier im Kinogewerbe und in der Filmproduktion. Ludwig Neumeyer, geboren am 17. Februar 1863 in Straubing, gestorben 30. März 1900, und ich habe die Jahreszahl hier leider gar nicht aufgeschrieben, um 1920 herum in München, wird beschrieben als kompetenter Unternehmer, begeistert von elektrischer und technischer Innovation, außerdem ein Musikliebhaber und ein Amateurfotograf. Er war, um es in der heutigen Sprache zu fassen, fasziniert von den jeweils aktuellsten Produkten der Unterhaltungsindustrie, von den audiovisuellen Medien und deren Abspielapparaturen. Sein Onkel Franz war Inhaber eines der frühen Fotoateliers in München. Dort hatte Ludwig Neumeyer das Handwerk und die Kunst der Fotografie kennengelernt. Die Kunden seiner Schankstätten in Straubing wurden nicht nur von der hohen Qualität seiner Brauereiprodukte angelockt, sondern auch von einem umfangreichen Unterhaltungs- und Bildungsprogramm, darunter Lichtbildvorträge, Live-Konzerte, also mit Kapellen und auch ganzen Orchestern, und außerdem auch von Konzertvorführungen eines großen Orchestrions der Firma Welte. Angeblich das größte in Europa zu diesem Zeitpunkt befindliche, also 1891 hat er dieses gekauft. Ab 1899 präsentierte Ludwig Neumeyer auch kinematografische Vorführungen in Straubing. Zuerst in seiner Konzerthalle am Theresienplatz 31, mit musikalischer Begleitung durch das Orchestrion natürlich. Bald fanden Filmvorführungen auch in seiner Jägerhalle an der Regensburger Straße 3 statt. Von 1907 bis 1911 betrieb Ludwig Neumeyer sogar eine Filmproduktionsfirma mit integriertem Filmkopierwerk, auch mit Einfärbung von Filmkopien. Diese hatte er genannt Bavaria Film, erste bayerische Filmfabrik. Zugleich vergrößerte er in diesem Zeitraum und professionalisierte er seine Filmvorführungsstätten in Straubing. In 1910 eröffnete er das Lichtbildtheater in der Steinergasse 5, ein aufwendig ausgestalteter Zweckumbau von Gaststätte zu Kino. Ab 1911 war dieses dann auch ausgerüstet mit einem Part-Telefon für die Vorführung von Synchron-Tonfilmen, während die Schankstätte Jägerhalle als besondere Attraktion einen Edison-Phonografen hatte, integriert in einen Kopf, der seine Lippen bewegen konnte. Weitere Recherchen stehen da auch noch aus. Ort und genaues Datum von einzelnen Tonbildaufführungen, ebenso Beispiele für die Programmzusammenstellung. Wäre natürlich spannend, wenn man das so ein bisschen detaillierter nachzeichnen könnte. Und ganz besonderer Dank muss hier auch an Martin Leuperdinger gehen für die Hinweise auf den Herrn Neumeyer in Straubing, sowohl als auch Ulrich Lehner für seine Forschungen in den Unterlagen von Neumeyer. Und Katja und Dieter Neumeyer, also Enkel des Ludwig Neumeyer, für alle Informationen, Hinweise, Recherchenartikel. 19 Neumeyer-Tonbilder werden in diesem zweiten Neumeyer-Programm jetzt digital uraufgeführt, hier heute Abend, nach ihrer Digitalisierung im Winter 2014 jetzt. Jules Grienbaum, der 15 der Tonbilder in diesem Programm produziert hat, war einer der ganz wichtigen Akteure auf dem frühen deutschen Filmmarkt. Nicht alle Filme konnten wir ganz eindeutig seiner Produktion zuweisen. Das sehen Sie dann immer in Klammern angegeben, wenn das eine Vermutung ist. Aber in den meisten Fällen ist eine relativ sichere Vermutung. Die Firma hatte mehrere Änderungen in Namensgebung und Formierung. Häufig werden alle diesen Namen von der Filmgeschichtsschreibung unter Deutsche Bioskop, also Bioskop mit C, aber ohne E am Ende, zusammengefasst. Auch wenn jetzt die Deutsche Bioskop, wie Sie sehen, auf den Schellack-Etiketten immer sich mit E schreibt und dass die Inkarnation vor 1909 ist. Wir hatten die Anfangstitel jetzt alle ohne E gestaltet. Unter anderem deshalb, weil letztes Jahr das noch nicht ganz so genau bekannt war und wir das konform über alle Neumeyer-Tonbilder gleich gestalten wollten, anstatt dieses Jahr mit E und letztes Jahr ohne E. Und die Schreibweise mit E verweist natürlich auch stärker auf eine internationale Netzwerk im Gegensatz zu dieser späteren deutscheren Schreibweise. Greenborn wurde geboren 1967, also 1867 in Berlin, hat einen kurzen Aufenthalt in Chicago von ca. 1980 bis ca. 1895, sorry, also von den späten 1880ern bis 1895. 1899, also wieder zurück in Deutschland, gründet er die Deutsche Bioskop. Ab Herbst 1907 engagierte er sich in der Tonbildproduktion, auch ziemlich massiv mit einer Distribution, die ganz stark im Varieté-Sektor ist, also noch nicht richtig in den Kinobereich vorgedrungen ist, sondern mehr in den wandernden Schaustellerbetrieben und in großen Varieté-Häusern sich konzentriert. Die Markteinführung von ihm, die kann man hier sehen, die ist, also die Annoncen in der Komet, einem der Schaustellermagazine, die starten am 14. September 1907. Das sieht man jetzt oben, dass er da auf das Synchrofonsystem hinweist. Hier nochmal ein bisschen in der Aufnahme. Und es gibt da ein Zirkular, das uns belehrt und instruiert über das alles übertreffende Synchrofon. Leider hat genau dieses Zirkular mal wieder nicht überlebt, so wie auch seine Vertriebskataloge, also Verkauf oder Verleihe seiner Produktionen von den Tonbildern ist gar nichts erhalten, soweit wir wissen und finden, also ist nichts aufzufinden, außer möglicherweise ein Exemplar in England, was nicht verfügbar ist. Hier ist auch nochmal eine lobende Erwähnung in der Komete, die im Qualität seines Filmschaffens hervorhebt, auch seine Nähe zum Kaiserlichen Hof, die Güte seiner Produktion, also bis 1907 hat er eigentlich nur Nachrichtenfilme gemacht, und die jetzt eben dann auch nochmal ankündigen, dass er sich jetzt in den singenden und sprechenden Films engagiert, aber vermutlich auch in anderen Genre-Produktionen, das heißt also im Prinzip dann Fictionfilme, also narrative Filme statt nur Aktualitäten. Also Herstellung von sprechenden, singenden, musizierenden, lebenden Fotografien in die Hand genommen und durch hervorragende Künstler ein Repertoire in dieser Spezialität gewonnen, das den höchsten Anforderungen entspricht. Ich hoffe, Sie empfinden das auch so heute Abend. Jetzt das Synchroskop, so nennt er die Apparatur. Wie wir sehen, im Januar 1908 ist das angeblich der einfachste und beste Apparat der Welt für diesen Zweck des Gleichlaufs von Film und Bild. Und trotzdem, gleich unten drunter geht es weiter, obwohl es das beste Gerät ist, scheint es immer noch große Betriebsunsicherheiten zu geben. Und daher vergibt er jetzt das Bijou-Phone auch kostenlos an alle seine Kunden als Retter in der Not. Gratis. Und schön ist natürlich auch die Sprachführung hier. Also das Schauergespenst des Theaterskandals schwebt vor seinen Augen, also vor denen des Betreibers, der Sprechmaschinen, die versagen können. Und das ist eines der großen Themen, das man auch in der Filmgeschichtsschreibung dauernd findet, ist, wie sehr ist der Gleichlauf von Film und Bild gewährleistet. Das hängt teilweise an den Apparaturen, aber teilweise natürlich auch an dem menschlichen Personal, das die bedient. Und es gab alle möglichen Synchronvorrichtungen, also elektrische Synchronisation mit einem elektrisch betriebenen Grammophon und Projektor gleichgeschaltet oder auch eben mechanische Einrichtungen, die einem zeigen, wann die auseinanderlaufen und dann musste der Vorführer am Projektor nachregeln. Im Prinzip war es auch gar nicht so schwierig, einfach nur am Projektor eine Geschwindigkeit zu regeln, während das Grammophon unabhängig läuft. Das kommt so ein bisschen auf das Geschick des Vorführers an. Die letzte Lösung ist die günstigste. Es ist anzunehmen, dass das auch mit die häufigste war in den Kinos. Kommen wir jetzt noch mal zu dem Ende von der Deutschen Bioskop, also 1908 gerät die finanzielle Schwierigkeiten. 1909 verkauft er Jules Greenbaum alle seine Anteile an der Deutschen Bioskopgesellschaft und stattdessen widmete er sich verstärkt seiner Deutschen Bioskop-Gesellschaft, die dann auch Tonbilder produziert. Also er hatte bis dahin auch ein relativ komplexes Firmenimperium geschaffen. Alfred Duskis ist sein Rivale in diesem Tonbildsektor, also neben dem Herrn Messe, den wir heute Abend jetzt einfach mal auslassen. Und in diesem Programm haben wir vier Duskis Operetten-Tonbilder. Die hat er mit seiner Fabrik für Kinematografen und Films hergestellt. Das Kürzel von ihm ist DSKS. Das sieht man auch immer in den Filmbildern, schön in den Kulissen integriert. Duskis hatte viel Angst vor Piraterie, scheint es, da er in den Anfangstiteln einerseits einen urheberrechtlichen Hinweis macht und zweitens jedes seiner Filme natürlich auch vor illegitimen Kopierungen dadurch schützt, dass man deutlich sieht, es ist ein DSKS-Film. Die biografischen Daten von Duskis sind weniger bekannt, teilweise noch gar nicht verifiziert. Geboren wurde er am 17. Februar 1882 oder auch 83 in Halberstadt. Und er beginnt sein Leben mit einem zwei Jahrzehnte dauernden Aufenthalt in den USA, also auch eher sehr international verwurzelt. Zurück in Deutschland gründete er die Alfred Duskis GmbH in 1905. Ein erster Nachweis seiner Aktivitäten ist im Berliner Adressbuch von 1906 zu finden. Mechanische Werkstatt, Spezialfabrik für Kinematografen und Films, Berlin 27, Blumenstraße 77, Geschäftsbetrieb, Apparatebauanstalt, sowie Vertrieb von Films, Kinematografen und Sprechmaschinen. Schnell wird er zu einem der wichtigsten Hersteller von Filmen und technischer Ausrüstung auf dem Filmmarkt der Kaiserzeit. Schon in 1908 deklariert Duskis Deutschlands größte Kinematografen- und Filmfabrik. Da ist seine Annonce, dass er das System auf den Markt bringt, also sein Cinefon-Synchron-Ton-Filmsystem. Und zwar ist das im Sommer, also im Juni 1907, noch ein Vierteljahr vor der Deutschen Bioskop. Auch damals sagt er schon, er hat schon ein reichhaltiges Repertoire vorbereitet. Hier auch noch mal eine Annonce von ihm, da sehen wir eine Anzeige für, also wenn Sie unten gucken, unteres Viertel, Duskis neues des Cinefonfilms, Ein-Walzertraum-Operette von Oskar Strauß. Da hat er sieben Stücke aus der sozusagen aktuellen Ein-Walzertraum-Produktion für filmische Vorführungen aufgenommen. Seine Variante ist aus dem Theater des Westens in Berlin, wäre die Deutsche Bioskop. Ich schreite mal gerade noch mal kurz zurück. Die hat hier Ein-Walzertraum annonciert, und zwar ist das die originale Erstaufführungsproduktion aus Wien mit dem Karl Theater, genau war das, und Fritz Werner drin. Und Sie werden heute Abend jetzt auch drei Tonbilder sehen, die aus einem Waldzeitraum sind, die wir jetzt mit ziemlicher Sicherheit als Deutsche Bioskop-Produktion identifiziert haben. So, zu den Schellackplatten kommen wir in der Sekunde. Erstmal noch mal kurz zur Deutschen Bioskop und zu Duskes, ein bisschen im Vergleich. Duskes Filmwerke präsentieren oftmals die genau gleichen Musikwerke wie Jules Grinbaum's Tonbilder. Allerdings liegt der Schwerpunkt Duskes auf Operette, während die Deutsche Bioskop-Gesellschaft ein sehr breit gefächertes Spektrum von dramatischer Oper über Operette bis hin zur Revue präsentiert. Duskes Markenzeichen der SKS sehen Sie ja dann auch immer, und die Anfangstitel sind bei Duskes auch großenteils erhalten, im Gegensatz zu den Deutschen Bioskop-Filmen, die komplett titellos leider sind. Aber Deutsche Bioskop-Produktionen haben dafür häufig sehr, sehr elegante, gemalte Hintergründe. Und in vielen Fällen auch Startbänder mit Informationen, also handschriftlich überlieferten Informationen zum Musikwerk und oder dem Musikstück, sodass die Zuordnung halt ursprünglich auch überhaupt möglich war. Eine Logokennung wäre natürlich auch hilfreich im Fall der Deutschen Bioskop-Gesellschaft im Filmbild, damit man die Identifikation schneller und besser betreiben kann als Archivar heutzutage. Beide Firmen waren aktiv in Berlin, aber haben auch Aufnahmen in Wien unternommen. Und die Bioskop-Gesellschaft von Greenbaum nutzte Schellackplatten der Deutschen Grammophon und vom Label Odeon, während Duskes mit der Hogen Homophon kooperierte, aber auch eigene Originalaufnahmen anfertigen ließ. Also hier hätten wir jetzt nochmal eine deutsche Bioskop, da sieht man auch das Systemnamen, Synchroscope. Die Beschriftung ist nicht immer da, es gibt auch Schellackplatten komplett ohne Beschriftung. Die Filmnummer ist hier freundlicherweise vermerkt, 883, also es ist eine spätere Produktion. Die Ziffer 4,5 bzw. 4 gibt die Anzahl der Umdrehungen an vor Signalbeginn. Teilweise ist es auch auf dem Filmmaterial vermerkt. Das war noch eine Hilfe, um Bild und Ton einander zuordnen zu können. Und jetzt hier zu einer Duskesplatte. Da sieht man Aufnahme der Homophon Company. Dann Cinefon Stark, Tonrekord, weist schon darauf hin, dass es eines der vielen Probleme war, auch die Lautstärke im Kino oder im Aufführungssaal. Ein Grammophon an und für sich, je nach Trichter, kann einen mehr oder minder lautstarken Ton erzeugen. Mäster hatte sogar Versuche mit mehreren Grammophonen, bis zu fünf Stück in seinen größten Sälen. Und dann kamen manche der Firmen, insbesondere auch die französischen, relativ schnell auf den Gedanken der Tonverstärkung, was man mit unterschiedlichen Lösungen dann auch halbwegs gut realisiert bekam. Eben Starkton war schon eine besonders ausgelegte Lösung, um jetzt den Saal lautstark zu beschallen. Die Duskesfilme sind durchnummeriert. Er hat mit der Nummer 100 angefangen, um das nicht so offensichtlich zu machen, was der Film 1 ist. In unserer Sammlung der früheste Film ist die Nummer 104. Hier die 160 einfach mal als Beispiel. Hier die nächste Platte ist schon die Nummer 308. Und da sieht man auch gleich lautstark deklariert eigene Spezial-Originalaufnahmen. Also die gab es nicht regulär auf dem Schallplattenmarkt erhältlich im Katalog der Homophonen. Startbänder. Eines der Walzertraum-Startbänder von unserer Deutschen Bioskop-Gesellschaftsproduktion nummeriert auch, aber hierfür haben wir kein Referenzmaterial. Das heißt, welcher Film jetzt die 94 oder die 97 war, wissen wir leider nicht, es sei denn, wir haben sie, da keine Kataloge überlebt haben. Und dann auch die Beschriftung der Startbänder ist wie immer in einem Kopierwerk, also bei einem technischen Dienstleister, nicht immer ideal und akkurat. Also ein Walzertraum wurde einfach mal ausgelassen. Und dann braucht man als Archivar manchmal eine ganze Weile, um herauszufinden, was jetzt was ist. Flotte Bursche ist eine sehr unbekannte Operette. Die werden Sie heute Abend stumm sehen, weil noch nicht mal eine Tonaufnahme nachgewiesen ist. Nichtsdestotrotz muss es eine gegeben haben, sonst gäbe es dieses Filmbild nicht. Und hier Weibi Weibi ist Beispiel für die unangenehmste Überlieferungssituation, also ganz ohne Startband oder Titel. Das heißt, da dauert es dann noch mal eine Weile länger, bis man weiß, das ist das Wiener Lied von Karl Haupt und heißt Weibi Weibi, also Anfang auf Filmriss, Ende auf Filmriss. Da hatten aber zum Glück jetzt meine Kollegen im Filmarchiv vor meiner Zeit schon mitgewirkt, sodass ich da nicht alles alleine machen musste. Und das war's. Das war ja ein Escape. Jetzt noch mal ganz kurz Statistik. Elf Filme heute Abend, da sehen Sie den passenden Ton zu. Sie sehen dann ein grünes Gleichzeichen, heißt Bild und Ton sind perfekt verpaart wieder digital. Das heißt, das wäre dann eine Restaurierung. Sie sehen drei Filmwerke ohne Ton, also zwei, weil ich das Musikwerk beziehungsweise Musikstück überhaupt nicht identifizieren konnte. Das ist eine unidentifizierte Oper mit starker Zersetzung im Bild und ein vermutlich Revue-Stück, eine Dame, die sich von drei Herren umwerben lässt. Und dann eine Operette, Flotte Bursche, wo wir keinen Ton finden, weil keine Tonaufnahme nachgewiesen ist, aber irgendwo auf der Welt überlebt hoffentlich noch die Filmbegleitplatte, so dass vielleicht eines Tages der Ton da wieder dazu zusammengebracht werden kann. Und fünf Werke sehen Sie mit dem roten Ungleichzeichen. Das heißt, wir haben einfach eine zeitgenössische Aufnahme ausgewählt, die bestmöglich passt zu dem Filmbild. Aber Sie werden dann teilweise sehr deutlich merken, dass er schon auseinanderläuft. Aber nichtdestotrotz ist es halt eine Simulation davon, wie sah dieser Film ungefähr mit dem richtigen Musikstück aus. Und da bleibt halt dann zu hoffen, dass wir wegkommen von dieser Simulation, die Sie heute Abend sehen, durch das Auffinden passender Töne, die man natürlich digital jetzt relativ leicht austauschen könnte. Dann wäre man relativ schnell bei einem hoffentlich wieder restaurierten, echten Paar von Film und Ton. Umgekehrt möchte ich auch darauf hinweisen, wenn jetzt das Filmbild nicht ganz synchron aussieht zum Ton, dann muss man immer bedenken, dass einerseits natürlich die Schauspieler im Playback-Verfahren zu vorbestehendem Ton aufgenommen wurden und die das Playback nicht immer perfekt beherrscht haben. Umgekehrt ist natürlich auch das so, dass es nicht immer sehr leicht ist, auch mit kleinen Klebestellen im Filmwerk, wo Bildchen fehlen. Da haben wir dann also nicht aufwendig manipuliert, sondern wir haben eigentlich immer den Ton praktisch gesamt angelegt über das Filmwerk, also erste Mundöffnung am Anfang, auf erstes gesungenes Wort und ungefähr letztes Mundschließen auf letztes gesungenes Wort, sodass halt manche Unebenheiten einerseits sozusagen durch die technische Lösung entstanden sind, wie natürlich ehemals auch im Kino und andere Unebenheiten einfach durch die Güte oder auch mangelnde Güte der Playback-Akteure. die nicht immer die gleichen waren wie die Sänger. Also im Normalfall waren die Sänger von höherem Renommee als die Schauspieler und so grob geschätzt würde ich sagen, sind vielleicht 20, 30 Prozent der Sänger identisch mit ihrem Schauspieler, vielleicht sogar eher weniger. Soweit. Jetzt wünsche ich viel Vergnügen. Ja. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.